Der Tag der Beerdigung von Königin Elizabeth II. ist kein leichter für die Königsfamilie. Hier seht ihr die ersten Bilder dieses historischen Tages. Der Sarg wird in einer Prozession in die Westminster Abbey gebracht, wo die Trauerfeier abgehalten wird. Hinter dem Sarg laufen die Kinder der Queen, König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Andrew. Außerdem Prinz William und Prinz Harry. Ein besonders emotionaler Hingucker sind Prinz George und Prinzessin Charlotte, gemeinsam mit Mama Kate. Auch Meghan zeigt sich trauernd in der Kirche. In der Westminster Abbey nehmen neben den Royals auch Politiker aus aller Welt Platz. So beispielsweise Emmanuel Macron und Joe Biden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 sondern die Zeit. Ein补����������를